Diese Woche bei Hour of Power. Bobby Schuller predigt über das Thema Dankbarkeit inmitten einer verängstigten Welt. Es gibt keinen besseren Weg, ein fröhlicher Mensch zu werden und seine Angst hinter sich zu lassen, als dankbar zu sein. Sie möchten ein glücklicheres Leben? Seien Sie dankbar für all das Gute in Ihrem Leben. Gott möchte an Ihrer Einstellung arbeiten, damit Sie sich lebendig, fröhlich und zufrieden fühlen. Lassen Sie sich darauf ein? Entdecken Sie Hour of Power, die beste Stunde im Fernsehen. Und dann können Sie sich auf die Hälfte und 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 die Hälfte.